Hier haben wir den Tennisplatz, der kostet 30 Leber pro Stunde, das sind 15 Euro, wenn man den mieten möchte. Der ist direkt hinter dem Hotel und man kann hinten rausschauen. Hier hinten sind auch gleich die Berge und es ist das Schöne hier, sagen sie, hier geht die Berge und die Meerluft und es wäre eine ganz, ganz gesunde Luft wäre das. Und hier gibt es jede Menge Apartments, wo man kaufen kann und zwei, drei Monate hier verbringen kann dann.